Guten Tag, ich heiße Umfu. Und ich Party. Wir sind beide sehr, sehr glücklich, stimmt's? Ja. Wir haben uns noch nie gestritten. Also bei uns gab's auch durchaus mal Krisenzeiten. Ist natürlich auch ein bisschen in der Natur der Sache, weil ich die Mäuse ja nachts quasi verdienen muss. Und ich bin ja eher am Tage am Blühen. Ich heiße Sumpfi und das ist mein Mann, Sumpfu. Also so eine Beziehung zwischen Eule und Blume finde ich eigentlich pervers. Also ich bin eine Maus und da will ich auch mit einer Maus zusammen sein. Hm. Also man merkt schon, dass er ein richtiger Hecht ist. Eigentlich denkt er die ganze Zeit immer nur ans Laichen. Aber ich bin abends auch manchmal einfach müde. Gut, ich war vorher noch nie mit einem Pilz zusammen, aber ich muss Ihnen sagen, es ist wunderschön. Es war etwas schweigsam und man geht abends nicht mehr so viel aus, aber es ist für mich genau das Richtige als Hase. Ich bin Sumpfi und das ist meine Frau Sumpfo. Als Waschmaschine ist ein Student genau der richtige Partner. Er wäscht alle Wäschestücke nur in 30 Grad und dann auch noch sehr, sehr selten. Ich heiße Sumpfi und das ist mein Mann, Sumpfo. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.